Hallo und willkommen auf carsharing-gutschein.de Für Mites gibt es einen 10 Euro Promocode für euch Mites X Carsharing, einfach bei der Anmeldung angeben, 10 Euro kassieren Das ist ein ganz kurzes Video, ich zeige euch einfach Ihr seht jetzt hier in der App, ich habe das Auto für 3 Tage angemietet 90 Kilometer inklusive, das ist gerade ein Tagesangebot Ich gehe jetzt gerade ums Auto, gucke mir es an Und gucke ob dort irgendwo Schäden aufzufinden sind Waren nicht und dann habe ich das Auto auch schon angemietet Und der Sinn daran an dem Video soll einfach sein Ihr könnt euch entweder entscheiden, ihr nehmt den normalen 89 Cent Tarif pro Kilometer Oder ihr bucht das Auto schon langfristig vor der Miete an Einfach in der App den Tagestarif auswählen Oder was ihr auch machen könnt, ihr startet mit dem normalen Tarif Fahrt und könnt euch spontan auch nochmal umentscheiden Und wählt dann noch einen Tagestarif anschließend während der Miete Diese drei Möglichkeiten sind für euch zur Verfügung Ihr seht, eingefrorenes Auto Und ich denke mal, das war ein ganz guter Überblick Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen Wie gesagt, 10 Euro könnt ihr ganz einfach sparen Statt 0 Euro kriegt ihr 10 Euro und könnt ihr direkt verfahren Okay, dann gehen wir uns das Ganze Ich glaube, hier insgesamt 1 Euro принять